Wir testen heute die sprechende Waage. Ich habe noch einiges verändert heute Morgen. Ich habe versucht, es zum Funktionieren zu überreden. Ich weiß nicht, ob das geklappt hat. So, wir fangen jetzt an. Ich weiß gar nicht, warum ich nervös bin. Ich weiß es wirklich nicht. Jetzt machen wir nur noch, was die Waage sagt. Die Waage übernehme ich jetzt den Stream. Wo ist mein Knopf? Ich brauche den heute öfter. Okay, noch kurze Einführung für die Leute, die dazugekommen sind. Du hast absolut recht. Wir backen heute Bananenbrot, und zwar nach Anweisung einer sprechenden Waage. Also, ich hoffe, die Waage weiß, was sie tut, weil ich weiß nicht, was sie tut. Ich habe den Code noch nicht getestet, seitdem ich ihn überarbeitet habe. Mal gucken. Ich habe keine Gewichtsangabe oder so. Ich weiß nicht, wie viel Gramm ich reinmache. Die Waage weiß aber, wie viel Gramm ich reinkippe. Wir machen heute Bananenbrot. Toll, oder? Ja. Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Ist das eine teure Zutat? Nein! Nicht so sparsam ist das alles? Na, was zur Hölle? Nicht so sparsam wie Haltstab. Nein, die Waage weiß, was sie tut. Mach schneller. Nein! Genug ist genug. Kipp den Zucker rein. Hau rein. Übertreib's nicht. Reicht hin. Oh, ich habe das Mehl vergessen. Kippe es schnell dazu. Hau rein. Nein! Mehr. Nicht mehr! Genug ist genug. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Ich hoffe, du hast mittlerweile wieder Backpulver im Haus. Gehe es suchen. Wir brauchen zwei Teelöffel. Gib mir Bescheid, wenn du fertig bist. Läuft gut bisher. Ich dachte, es wird schlimmer. Fertig. Okay, jetzt ab in den Backofen. Bei 180 Grad. Wieso? Ich glaube, wir haben noch was vergessen. Rühren könnte gut sein. Ich tue das jetzt nicht so in den Backofen, auch wenn die Waage das gesagt hat. Es sieht nach einem Teig aus. Es sieht okay aus. Ich glaube, sie hat keinen ganz so großen Schwachsinn verzapft. Okay, Bananenbrot kommt in den Ofen. Also der Timer wird jetzt in ungefähr 30 Minuten, schätze ich mal, 35 Minuten, denke ich mal, wird der Timer losgehen. Dann schreit die Waage nochmal los. Das ist das Letzte, was sie macht. Das heißt, wenn wir jetzt was am Code ändern, sollten wir es nicht draufladen, weil sie ja jetzt noch den Timer macht. Das ist das Leckerste, was ich jemals gebacken habe und ich habe es nicht gebacken. Success! Oh mein Gott, das schmeckt gut! Das ist zur Hölle! Das erste von einer Küchenwaage gebackene Bananenbrot. Das schmeckt gut. Ich bin ein bisschen stolz. Das hat heute sehr gut geglaubt. Ich bin sehr glücklich damit und auch ein bisschen stolz. Wir sehen uns das nächste Mal morgen ab 11 Uhr. Und danke fürs Dabeisein. Und bis morgen!